Ich glaube, hier kaufe ich nichts. Warum habe ich denn gehackt? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das ist alles günstiger. Hey. Ich habe es ja gar nicht realisiert, Alter. Ich. Wieso, wer ist da? Ähm. Okay. So, okay. Hier waren wir jetzt auch schon komplett. Oh, lol. Wo kommst du denn her? Napalm nehme ich auch immer gern mit. Okay. Du hast es hier hinter dieser Gründe? Okay, da kommen wir nicht lang. Okay. Ich weiß nicht, was hinter dieser großen Tür wird, äh, sein wird. Und wir werden es, glaube ich, auch nicht erfahren. Schade. Ein Stuhl. Ein... ach, guck mal. Wofür denn so einen Tastencode holen? Oh, hier gibt es Muni-Ei. Oh, mhm. Oh, erotisch. Da ist die rote Schleuder. Sehr schön viel Muni. Oh, schön. Stickstoff brauche ich immer nicht. Jetzt habe ich sie mal geloogt. Oh. Ne, hä? Doch, Schalt benutzen. Was bringt mir das jetzt? Könnt ihr das drüben... Konnt ihr das drüben auch machen? Ne, ne? Oder? Auto-Hacken, Leute. Ich liebe diese Auto-Hacker. Gut, was brauchen wir denn definitiv? Wir brauchen Antiperson-Patronen für... 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 Dings wäre schon geil, oder? Erstmal Normal-MG-Patron. Jetzt kann ich noch... okay. Ich habe nicht auf den Preis geguckt. Das war vielleicht ein wenig dumm. Aber ist okay. Wir werden bestimmt noch ein bisschen Geld bekommen. Irgendwo... Ich werde gleich diesen Big Daddy besiegen, schätze ich mal. Aber erst mal will ich hier... Oh. Nestonikum. Hack and Delight... Zwei. Ja, gut. Oh. Ach, sieh dich an. Du siehst genau aus wie diese. Ach. Was haben wir nur getan? Was sagen wir? Jetzt die Stiefel. Kann ich das auch wieder ausziehen? Alles klar. Der macht dir ein kleines Tänzchen, wie es aussieht. Ionischen Schrot. Komm, nehmen wir den Ionischen Schrot. Uiuiui. Was macht er hier denn eigentlich die ganze Zeit? Mann, halt die Schnauze jetzt. Boah. Okay. So, ähm. Alter, diese Sicht, ne? Durch diesen Helm, das ist ja... Das ist ja abartig. Das ist ja abartig eklig. Holy moly. So, wo waren wir denn noch nicht? Ich weiß gar nicht, wo... Wo kommen wir her? Wo waren wir noch nicht? Was hab ich getan? Was hab ich nicht getan? Weiß es nicht. Haha. Alter, wo kommt die denn... Wo kommt die denn immer alle her? Ja, alles klar. Bis nach da oben. Jungchen. Was ist mit dir los? Gut, ähm... Wir haben ein bisschen Panzerbrechen hierfür. Alles klar. Wir haben normale MG-Patronen hier. Wir haben Ionischen Schrot dort. Splittergranaten. Gerne. Auf jeden Fall. Nehme ich für den Big Daddy. Das reicht eigentlich schon, oder? Splittergranaten. Aber ich ihn nicht hab' ihn. Okay. Befreien. Ach Gottchen, ey. Diese Big Daddy-Kämpfe sind echt schwerer als erwartet manchmal. Beziehungsweise, nicht schwer, aber... Ich weiß nicht, kann ich dem besser ausweichen oder so? Ich hab' keinen Plan. Du hast mich gerettet. Ja, hab' ich. Duckmean hätt' ich auch ganz viel nutzen können. Verdammt, merk' ich gerade. Ähm. So, ich wollt' jetzt nochmal hier drüben ins Labor reingehen. Genau. Um zu gucken, kann ich... Ja, kann ich, lol. Hab' ich doch vorhin versucht. Und jetzt? Bitte ein paar Medi-Kids. Das ist immer nett. Medi-Kids, Leute, sind... ...immer gut. So. Wo waren wir noch nicht? Ich hab' keinen Plan. Ich glaube, hier irgendwo waren wir noch nicht. Da ist eine der Little Sisters. Okay. Fahren wir hier? Ah, hier sind... Okay, hier ist... Ah, okay. Okay, okay, okay. Hier ist die Seite, von der wir kommen dann. Okay, alles klar. So, wo sind wir? Hier? Okay, hier war ich auch schon, ne? Ja, stimmt. Doch. Ja, klar. Oder? War das doch diese Seite? Oder war das auf einer anderen Seite? Alter, die hat mich grad erschrocken. Okay. Ja, die erste hab' ich ja noch gesehen. Aber die zweite war... Ganz klar, weit geflogen. Ein Safe. Ach komm, den hacken wir mal normal. So, so erstmal. Dann nochmal so ein. Dann nochmal so ein. So, so. Puh. Stahlschrauber, Antipation und Kerosin. Okay, das ist... Gar nicht mal so bad. Das nehm' ich mit. Fehlende Stiefel. Dann wären wir ein kompletter... Dings wahrscheinlich, ne? Was ist das? Oh, hä? Könnte ich doch grad was aufsammeln. Ach so. New Wind, okay. Das machen wir aber auch gleich, glaub ich. Äh. So. So, der Rest ist auf der Seite. Ich glaub' das da oben hätt' ich nicht mehr entfernen müssen, aber vorsichtshalber, ne? Ganz viel Alkohol, alles klar. Ganz viel Alkohol, alles klar, nichts. MG-Patron, nichts. Und eine Leiche mit ein bisschen Stuff. Verbolzen für die Armbrust. So was könnten wir denn hier haben? Panzerbrechen fürs MG ist natürlich sehr geil. Hacken wir das Ding? Komm Leute, wir hacken das Ding. Und gehackt. Und gehackt. Sehr schön. So, dann könnten wir siebenmal panzerbrechend herstellen, das wär' natürlich übel sick. So, den Rest brauch' ich eigentlich nicht, ne? Ich könnte mir doch mal einen Autohacker herstellen. Oh, ich zieh' ein Stück herstellen, ey. Alter. Alter, Vater. Wir haben besuchend... Nee. Komm, wir nehmen mal panzerbrechend auf jeden Fall 60 Stück ist erstmal okay. Nehmen wir nochmal zweimal Person. Machen wir nochmal einen Autohacker zweimal oder so. Explosivschrot ist natürlich auch der Shit, ne? So. Dann nochmal ein paar Autohacker. Ich weiß gar nicht, wie viele ich hab'. Ein paar. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall panzerbrechende Munition, das ist ja schön. Beine Stiefel anziehen. Verdammt nochmal. Die Big Daddy Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Oh. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Okay. Wir haben nicht die fehlenden Stiefel. Du hast ja gesagt, wohin sind die geliefert worden? Nicht hierhin, sondern woanders. Ja, das hab' ich... Mitbekommen. Okay. Wir gucken einfach mal hoch. Ne, hier oben waren wir schon komplett, ne? Stimmt. Hier sind wir schon einmal lang gegangen. Komplett. Ähm, ich... Schätze jetzt einfach mal. Oh, noch ein Big Daddy. Das ist dann der zweite von dreien. Das ist natürlich sehr schön. Äh, ich lad noch mal kurz hier das, ne? Hier mal die Kontaktmine. Ich weiß nicht, ob die mehr Damage macht. Kein Plan. Kein Plan. Kein Plan. Das hat mich grad... Das hat mich grad... Da war ich grad ein bisschen verwundert. Ich hab grad gedacht, hä, hab ich ihn jetzt getroffen oder hab ich ihn nicht getroffen? Aber okay, wir haben sie, äh, wir... Sie, mh, sie zweite. Die zweite... Little Sister gerettet. Sehr schön. Haben wir Ever? Nein, haben wir Ever nicht benutzt. Okay. Wir haben hier noch ein paar Antipersonen-Patronen, die nötig ich jetzt erstmal. Hä? Willst du? Okay. Könnt ihr noch mal ein bisschen was kaufen? Wir haben hier dann ein bisschen was an Geld. Komm, wir haben gegen Patronen kommen wir auch noch mal. Schrot wäre halt auch eigentlich nett, ne? Haben wir noch mal ein paar Splitter-Granaten. Das ist halt wichtiger. Das nutze ich halt mehr als Schrot. Mit Patronen oder so. Ich muss 200 davon und kann... Einmal noch Schrot. Einmal Schrot. So war ich hier schon. Ja. Hier hab ich diesen Anzug her, genau. Irgendwo gab's doch auch Adam, oder? Okay, dann sind wir auf dieser Seite, wie es aussieht, komplett fertig. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube einfach, dass wir hier fertig sind. Das heißt, wir müssen auf die andere Seite. Wir haben keine 16 Dollar, verdammt. Okay. Das hier hab ich gesucht. Sogar, tatsächlich. Äh, Gesundheitsupgrade. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Okay. Ähm, Kampftunikum oder Körpertunikum? Ähm. Ich glaub, ich nehm das Körpertunikum? Können wir hier... Verdammt. Ja, ich... Hacking Expert 2. Der Human Inferno. Wrench. Der Machine Buster. Wrench. Human Inferno war doch gar nicht mal so schlecht, ne? Statische Ladung. Elektroaut 2. Nehmen wir Elektroaut 1 raus. Das geht, glaub ich, klar. Verdammt. Äh, gut. Jetzt müssen wir eigentlich auf die andere Seite, glaub ich. Guck erstmal. Panzerbrechende Munition nehmen. Ich guck erstmal, was hier noch so war. Da war ne Kamera. So, ich hab hier nämlich, glaub ich, auch noch nicht alles... Aua. Ist da ne... Ist da ne Granatwerfer? Ja, ist er. Okay. Ich bin grad... Splittergranate, auch da unten. Nochmal Splittergranate. Hier ist nochmal ein bisschen Stuff, alles klar. Ich hab kein... Wo bin ich, ey? Ich hab keinen Plan, wo ich bin. Kann ich diesen Helm wieder absetzen? Moment. Kann ich bitte... Ich weiß nicht, wie ich diesen Helm wieder abs... Ich will ihn wieder absetzen. Äh, ich sollte mal vielleicht... Oh, hier sind die Schuhe an Null. Warum sind hier denn die Schuhe? Schadensbohnen durch Forschung in Wernmassiv... Ne. Warum sind die denn... Okay. Das ist witzig, dass ich jetzt den richtigen Weg gegangen bin. Langsam wird das etwas. Jetzt brauchen wir noch die Pheromone und den Stimmenverzerrer. Los jetzt. Wir haben zu tun. Oh, ne, die Station. Ich hab kein Geld. Äh. So, erstmal normale Patronen wieder rein, falls gleich nochmal eine Kamera oder so kommt. Was ist da oben? Schrot. Nice. Das ist mein Kind, nicht deins! Lull. Schnauze. Schnauze, Schnauze. So, jetzt bitte wieder auch nochmal später Granate. Okay, aber auf der Seite sind wir jetzt... Ey. Auf der Seite sind wir jetzt fertig. Das ist ja der Weg, den ich hier hochgegangen bin. Ja, okay. Alles klar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm. Jetzt aber nochmal auf dieser Seite alles nachgucken. Was wir hier so haben. Hier kommt man nicht rein, genau. Dann kamen wir dann weiter. Hier und dann bin ich da noch nicht lang gegangen, wirklich, ne? Kaufen wir uns nochmal neues Medikit. Haben wir ein bisschen Geld gehabt gerade. Ich glaub... Ja, ach, komm. Hä? Warum denn das jetzt? Wir müssen überleben. Nehmen wir ein bisschen Stuff einsammeln. Den Splice hab ich auch gut gekillt, find ich. Wer hat zu viel getroffen? Oh, Geld. Geld. Leute, Geld. Ganz viel Geld. Ist hier hinterher noch was? Nein. Warum ging der Alarm jetzt an? Das frag ich mich gerade. Das war ja beim letzten Mal auch schon so, als wir hier reingegangen sind, ne? Obwohl das halt grün war. So. Also wir durften ja hier durch. Aber okay. Ich werd mich jetzt nicht beschweren. Ich lebe noch. Alles gut. Elfespritze brauch ich nicht. Ey, ich... Dieser Helm, ne? Der ist halt so eklig. Ha! Ich würd den ganz gern ausstellen irgendwie. Ich würd den gern wieder absetzen. Hätt ich den mal nicht aufgesetzt. Ich gebe zu, dass es vorausschauend von Fontaine war, das Plasmidgeschäft aufzuziehen. Aber der Mann hat noch nie was vom Vertrieb verstanden. Da hat er schon diese wunderbaren kleinen Mädchen. Und er zeigt sie nicht. Ich hab mir gerade das neue Design der Plasmidautomaten angesehen. Sie sind genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt hab. Ich sag es ganz deutlich. Wenn sie gut präsentiert werden, sind diese Little Sisters Gold wert. Deswegen wurde ich wahrscheinlich getroffen. Sie hast drei Dinge. Will fein mal. Die können sich auch heilen? Ist ne coole Idee. Okay, so. Wo bin ich hier? Einmal kurz nachwachen bitte. Okay, das Ding hab ich auch besiegt. Alter, hinter mir ist nur einer. So, wo ist er jetzt? Da ist er. Oder sie. So. Ich hab keinen Plan, wo ich jetzt grad bin, ne? Ich hab noch wen gehört. Oh, dieser Helm. Der stört halt übel. Gehen bang. Ähm, wo war das Tunicum, was ich angelegt hatte? Hier. Hier. Genau, hier hatte ich das Hackers Delight Tunicum angegeben. Evelyn, Extra Nutrition, Sicherheitslücke. Evelyn 2 haben wir schon drin. Eversaver. Äh, Extra Nutrition 2. Ne, ich glaub, da ist hier Hackers Delight schon gut. Schon gut drin. Würde ich jetzt mal sagen. Buffen Upgrade. Sehr schön. Ähm. Ich glaub, ich nehm die Magazingröße für die Pistole. Hä? Ah, ich glaub, ich hab Hallos, ey. Ich glaub, ich hab grad Hallos. Holy Moly. Ich dachte grad, da ist einer zu mir gerannt. Ha. Okay, also hier war nur der Dings. Das ist... Erstmal daneben schießen 50 Mal. Allein ist hier noch drin, okay. Da ist noch einer. Läuft. Ich glaub, da hat sich doch keine Hallos. Weil ich bin der Meinung, den hab ich gesehen. Bin mir aber nicht so sicher. Aber okay. Gut, dann sind wir hier fertig. Scherz ich. Scherz 시간. Scherz.